Pan-America Erlebnistour. Begonnen hat alles mit einer kleinen Kennenlernrunde und leckerem Frühstück von Mathien. Jürgen erklärt die Tourregeln und folgert die Motorregeln. Pünktlich an Bad. Schon cool, so eine ganze Truppe Pan-America-Bikes in einer Reihe abfahren zu machen. Cool. Und schon sind wir zum zweiten Mal mit Tourguide Jürgen Griechardt zur Pan-America-Elite-Führung von Harley-Davidson-Himmelgenau aus in die Wildnis unterwegs. Es regnet, aber es macht uns nichts aus. Musik 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 Einige Male ging es abseits der asphaltierten Straßen durch recht folgende Wege. Das hat es interessant gemacht, spannend und auch wehrlich. Was anfangs als Handicap erschien, erwies sich dann doch als gute Gelegenheit, die Qualitäten der Panamerika auch unter etwas erschwerten Bedingungen zu testen. Dauerregend die ganze Fahrt. Die Teilnehmer haben erlebt, wie wohl sie sich auch bei derlei Wetterbedingungen auf dem Bike fühlen. Die Gruppe hat sich dann schnell als homogene Einheit zusammengefunden. Das Erlebnis Panamerika hat die Teilnehmer durchweg fasziniert. Eine Pause am Schalseehof bot uns eine leckere Stärkung. Kleine Offroad-Übungen boten auch hilfreiche Lerninhalte. Und gegen 16.30 Uhr waren alle Teilnehmer heil und zufrieden wieder am Ausgangspunkt eingetroffen. Ein abschließendes, angeregtes Gespräch erwies sich für alle als interessant und war geprägt von der Begeisterung der Teilnehmer. Das Erlebnis Panamerika hat die Teilnehmer an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung. Das Erlebnis Panamerika hat die Teilnehmer an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung an der Begeisterung. Das Erlebnis Panamerika hat die Teilnehmer an der Begeisterung 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 an der Begeisterung.